Am Mittwoch ist für 150 Reisende endlich zum 23-tägigen Rundflug losgegangen. Organisiert von der Zwerenbold Reise AG wird mit dem Airbus A340 von Edelweiss geflogen. Dem grossen Tag haben auch die Verantwortlichen entgegengefiebert. Ich freue mich, Sie heute hier zu Ihrem und auch unserem Weltrundflug begrüßen zu dürfen. Selbst für uns bei der Edelweiss ist das natürlich etwas ganz Spezielles. Eine Reise durch sieben Länder, über vier Kontinente, das machen wir nicht jeden Tag. Wir haben natürlich ganz, ganz viele tolle Destinationen im Programm, aber Sie ergänzen jetzt unser Portfolio mit dem, was Sie jetzt vorhaben. Nochmal um einige ganz spannende Ziele und unsere Crews, Sie freuen sich natürlich, dass Sie neue Destinationen entdecken können. Und was hat die Teilnehmer dazu bewogen, gerade ihre Reise teilzunehmen? Die Destinationen haben mich sehr interessiert. Vor allem Anchorage, das ist ja gerade der Anfang. Und Tokio natürlich, kenne ich beide nicht, sondern nehme ich dann auch. Ich bin gerne Reiser, um andere Leute kennenlernen und andere Länder kennenlernen. Also erstens wäre ich 70 und habe mir gedacht, ich gönne mir alle ein schönes Geschenk. Ja, es ist einfach so, es ist mir gerade ins Auge gestochen. Eine Weltreise in so kurzer Zeit sieht man doch einiges an Ländern und das interessiert mich eigentlich. Ja, so als Destination, Tokio. Ich war selber noch nie. Das ist ein faszinierendes Land, Japan. Tokio, von den Bildern und von den Videos, die ich gesehen habe, sehr eindrücklich, lebendig, eine andere Kultur. Ja, das ist sicher ein Highlight. Aber auch die Crew kündigt vielversprechend an. Und ich habe es schon erwähnt, nebst dem gewohnten Edelweiss-Service haben wir uns vorbereitet, auch auf diesen Flug. Und ich darf, glaube ich, mit Stolz und auch ein wenig mit einem Schmunzeln annoncieren, dass wir auf diesem Flug den allerersten Inflight-Sockenservice der Luftfahrgeschichte durchführen dürfen. Wir freuen uns riesig darauf. Nebst dem Sockenservice, den wir durchführen, gibt es auch noch eine Glasse, dann mal zwischendrin und dann vor der Landung, dass sie dann bereit sind für das wunderschöne Anchorage, führen wir dann nochmal einen Service durch. Ja, gut, wir haben ja schon lange, eigentlich schon beim Swiss Airgrounding 2001, haben wir ja schon mal die Idee gehabt, so einen Weltraumflug zu machen. Wir haben dann allerdings die Maschinen, die MD-11, nur für fünf Tage bekommen und sind dann auf Südafrika runtergeflogen mit dem letzten Weltraumflug. Das ist eigentlich nicht länger möglich gewesen, weil die Flight Operations Lizenz von der Swiss Air dann ausgelaufen ist. Und jetzt da bei der Umflottung von der Swiss Airflotte, wo man die 777 zu der A340 gewechselt hat, habe ich vermutet, dass da jetzt Maschine verfügbar wird sein. Und habe mich dann eigentlich mit Edelweisse in Verbindung gesetzt und dann ist das jetzt eigentlich da, das Zeitfenster ist dann möglich gewesen, eben so einer Maschine dann für so einen Weltraumflug überzukommen. Ja, ich freue mich natürlich auf die grossartige Reise. Ich bin natürlich in Anchorage, Alaska und eben Japan bin ich noch nie gewesen. Ganz besonders freue mich eigentlich auf den Hochgeschwindigkeitszug von Tokio auf Osaka. Das ist wirklich etwas, was ich ganz leissig finde. Auch für Karin Tvernbold ist die Reise etwas ganz Besonderes. Ja, ich meine, das ist eine sehr komplexe Reise. Das sind Destinationen, die uns vielleicht auch nicht so gut bekannt sind. Das ist eine gesamte Rundreise mit einem Flieger. In diesem Sinn haben wir das auch noch nie gemacht. Das war auch für unsere Premiere. Also es gab sehr viele Herausforderungen, logistische Natur etc. Aber ja, es sind 150 Kunden dabei. Das ist eine Grössenordnung, die wir erwartet haben. Wir sind zufrieden, habe ich sagen. Es ist eine teure Reise, es ist eine lange Reise und da muss man auch zuerst 150 Leute finden oder können begeistern für so eine Reise. Und das haben wir geschafft. Also ja, wir sind zufrieden. Mit Edelweiss haben wir den richtigen Partner gefunden für das Projekt. Wir als Schweizer Familie KMU, die auch zu wissen ist ein sehr wichtiger Punkt ist, haben wir mit Edelweiss wirklich eine richtige Schweizer Airline gefunden, die das mit uns zusammen gemacht hat. Die Gegebenheiten haben sich auch gepasst für das Projekt, sodass wir uns da gefunden haben. Und auch da wirklich ein tolles Dankeschön an die Edelweiss. Es war eine tolle Zusammenarbeit von der Planung bis jetzt am Anfang der Umsetzung. Und ich bin auch überzeugt, dass der Rest der Reise so wird laufen.